Willkommen zu einem weiteren Stop-Game. Heute geht es um das Thema Schule. Unser allerlieblingsthema. Äh, oh es wird jetzt hart. Schreibt mir eure Ergebnisse sehr gerne wieder in die Kommentare. So sieht deine Schule aus. Das trägst du in der Schule. Dein Lieblingsfach. Dieser Sinn ist dein Lehrer oder deine Lehrerin. Dein Sitznachbar, deine Sitznachbarin. Ein Schwarm in der Schule. Und eine Leistung in der Schule.